Die Haube bleibt nicht drauf. Halb zwei Uhr morgens. Wir sind bereit fürs Finale. Danny Hamlin auf den Pinsel und bitteschön, eine Runde brauchen wir. Hamlin geht runter. Das macht die Tür auf für die 34. Das war der Plan. Danny Hamlin kommt fast ein bisschen weit weg von Kyle Busch und Joey Logano. Hinter Kyle Busch die 22. Jetzt kommt der Push. Da warten wir auf den Angriff. Jetzt kommt der Push von Logano. Kyle Busch gegen gerade. Jetzt Achtung, die beiden Toyotas jetzt nicht gegenseitig in die Kiste fahren. Jetzt kommt die heikle Stelle. Jetzt kommt Ryan Preece auf die 4. Mit Joey Logano. Jetzt geht es rein in Turn 3. Single-File Racing. Ryan Preece ist 4. Michael McDowell zurückgefallen für den Moment. Eric Jones auf die 5. Achtung, letzte Runde. Gleich haben wir die White Flag. Damit ist die Kiste jetzt hier zu Ende gegangen. Oder sie geht zu Ende. So meine ich. So ist es. Da ist sie. Die White Flag ist draußen. Jetzt geht es in die Entscheidung. Wenn sie jetzt kracht, dann gibt es Geld. Joey Logano innen gegen Carl Busch. Er hat den Punch. Er hat ihn. Er hat ihn. Kyle Busch fällt außen zurück. Danny Hamlin gegen Logano. Und Ryan Preece hängt da als Dritter mittendrin. Kyle Busch nochmal. Wenn Joey Logano rankommt, dann Danny Hamlin dritter hin um. Der ist noch nicht geschlagen. Preece, Preece, Preece. Vorne Logano kicken. Kyle Busch. Kyle Busch kommt außen wieder. Der ist wieder da, Kyle Busch. Und Michael McDowell ist genauso da. Jetzt wird spannend. Danny Hamlin immer noch vorne. Hamlin immer noch vorne. Die kürzere Linie. Und Kyle Busch mit Füßen. Das schafft er nicht mehr. Der Joey Logano. Danny Hamlin wird gewinnen. Eric Jones ist mit dabei. 3-fach Sieg. 3-fach Sieg für Joe Gibbs. Hamlin, Kyle Busch, Eric Jones, dann Logano, dann McDowell. Ryan Preece noch 8er. Schau dir die Anspannung an, die da los geht's bei Danny Hamlin. Ich hab's vorhin noch gesagt, der wirkt alles andere als entspannt im Auto. Am Ende, am Ende blieb alles sauber. Und am Ende sind 3 Toyota vorne. Danny Hamlin vor Kyle Busch und Eric Jones. Ich bin ein Glück. Es gibt nur zwei Objekte, nachdem der Restart starten wird. Und wie sieht das Auto aus dem Auto aus? Es ist sicher ein Auto. Es ist sicher ein Auto. Es ist ein Objektiv. Die Automobilien werden sich verabschiedet. Vielleicht sind die letzte Woche. Die Green Flag. Schmerz auf die Seite aus der Denny Hemley, der sich immer vor Kai Busch ist. Michael McDowell. Michael McDowell. Es ist es gut. Der Schritt ist, dass Joey Lugano nicht so gut ist. Das ist aber nicht, dass Joey Lugano sich nicht so gut ist. Eher ist moment, in dem wir schon wieder zu Kiel Busch. Sehr近 ist es zu Kiel Busch. Und die Echipan von Tydee Dillon nicht weiß. Joey Lugano ist in der Redisation. Denny Hemlin vor Kai Busch. Joey Lugano ist für michael McDale. Jetzt ist es ein Rhein-Pris, der sich auf die Jolli Lugano beobacht. Das ist sicher, dass ich nicht zu sehen. Jetzt ist er noch nach Karl Busch. Es ist sehr interessant. Es ist auch ein bisschen vor dem Finale. Denny Heimlin wird sich als победer. Joel Ogano ist, dass er viel zu sagen. Aber Joel Ogano wird sich jetzt in der letzte Ogano. Und genau jetzt Joel Ogano wird sich in der letzten Ogano. Es ist ein bisschen an Ataquat. Es ist ein bisschen an Ataquat. Es ist ein bisschen an Ataquat. Das ist auch ein bisschen an der Denny Hemlin. Denny Hemlin auch so weiter und der Kiel Busch. Denny Hemlin, jetzt vor der Moment. Aber Joe Lugano und Ryan Priest sind sehr schnell. Kiel Busch ist blockiert von Ryan Priest. A an zu einem Ereign-Jones. Kiel Busch ist auch so ein Joe Lugano. Eine Eine gute Zeit, aber Dany Hemlin ist der Lider. Joe Lugano ist von der Kiel Busch. Michael McDaniel ist sehr nahe. Ereign-Jones ist sehr schnell. Der ist Danny Hamlin. 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 Erich Jones. Erich Jones. Joe Gibbs. Danny Hamlin. Joe Logan. Michael McDowell. Tyler Dillon. Carl Arsene. Rian Priest. 8-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. 9-o-o-o-o-o-o. Jimmy Johnson. Craig McMinn. Heimamu. Mike McDowell. наша pan totea. Overtime. Dovo buns. Danny Hamlin. Dany Hamlin. Heimpunk. May-aul. Michael McDowell. Es ist auch Joey Logano und Ty Dillon. W ubiegłym roku Austin Dillon wygrywał die Daytona 500. W tym roku jego młodszy brat ma szansę na zwycięstwo. Niemalsze wszystkie samochody poza pierwszą szóstką już z uszkodzeniami. Jest tutaj wprawdzie też Jimmy Johnson, ale nie wydaje mi się, aby on miał szansę na zwycięstwo. To Danny Hamlin i Kyle Busch. Oni teraz jadą z przodu. Zarówno Danny Hamlin, jak i Kyle Busch są tutaj na uprzywilejowanej pozycji. Oni mogą się wspierać. Dwie Toyoty z przodu. Dojeżdża na nich także Eric Jones, który aktualnie jest na piątym miejscu. Manewruje tam za wozem Ryana Prisa. Eric Jones, no ale nie przebija się. Teraz jeszcze Michael McDowell. Atakuje od strony zewnętrznej, ale nie wydaje mi się, żeby miał na tyle mocy, aby utrzymać się za Kyle Buschem. Busch teraz traci. Zostaje tylko Logano i Danny Hamlin na tym ostatnim okrążeniu. Danny Hamlin wygrywał tutaj w 2016 roku. Wówczas był to fotofinisz. Wówczas Martin Truex Jr. był na drugiej pozycji, ale teraz to Danny Hamlin zdaje się kontrolować sytuację po zewnętrznej. Próbuje jeszcze Kyle Busch, ale nie wydaje mi się, aby był w stanie nadążyć za Joey'em Logano. Ma Michaela McDowella, ale to na nim wiele się zdaje. Danny Hamlin ma ogromną przeważę i tak. Danny Hamlin zbliża się do mety i wygrywa swoją drugą Daytonę 500. Wspaniały finisz w wykonaniu Danego Hamlina. Cóż za radość w Joe Gips Racing. Z pewnością to zwycięstwo i wygrywa się do mety. Danie Hamlin zadetuje J.D. Gipsow. Hey, NASCAR fans. Thanks for checking out the NBC Sports YouTube channel. Make sure you hit subscribe below for the latest NASCAR news, race highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.